Musik Am Borg-Kindberg im Volksmund als Musical Schmiede bekannt, steht die meistgespielte Oper der Welt, die Zauberflöte auf dem Spielplan. Regie führt Georg Schütke. Wir von Memma TV waren bei den Probearbeiten dabei. Ist Regisseur Schütke froh, dass es nun endlich losgehen kann? Ja, insbesondere, weil wir uns natürlich jetzt in dieser, noch nicht ganz Post, aber doch hoffentlich irgendwie nach den schlimmen Teilen der Pandemie befinden und auch dieses Musical natürlich irgendwie jetzt lange gelegen ist. Also wir haben es jetzt ein halbes Jahr verschieben müssen und man merkt natürlich auch an der Vorbereitungszeit, dass das eine sehr besondere Zeit war und sind deswegen aber umso mehr froh, dass wir jetzt wirklich wieder rausstechen dürfen und auf die Bühne dürfen. Und Radmin hat mich natürlich auch persönlich betroffen in den letzten Jahren, dass wir nicht arbeiten dürfen quasi. Und ich finde es irgendwie einen sehr besonderen Anlass jetzt mit Mozart hier wieder sozusagen gemeinsam auf die Bühne und gemeinsam in den Zuschauerraum zurückzukehren. Genau, das ist ein Schulprojekt, aber natürlich, wie gewohnt, in Parkinbäschern mit sehr großen Ansprüchen und wir haben uns ja wirklich dieses Mal nichts Geringeres als wahrscheinlich die bekannteste Oper der Welt, irgendwie vorhin immer die Zauberflöte, aber eben mit sehr jugendlichen Einflüssen, mit einem sozusagen musikalischen Counterpart. Es gibt aber Beatles-Nummern, die wir einflechten und auch die Originalmusik von Mozart ist teilweise bearbeitet. Trotzdem ist natürlich Mozart als Autor oder Schikaniner auch irgendwie so stark, dass man nicht ganz, und will man ja auch gar nicht, wir haben ihn sozusagen, glaube ich, versuchen, etwas Jugendliches, etwas Frisches, Mozart durchaus Gefallendes auf die Bühne zu bringen und haben darin, glaube ich, einen sehr guten Partner gefunden in diesem mittlerweile doch schon einige hundert Jahre toten Komponist. Es ist, glaube ich, die Vorbereitung ist immer sehr intensiv, weil man halt für alle mitdenken muss, für 30 Leute, halt wer geht von wo nach wo, aber die Arbeit an sich ist dann eigentlich recht okay. Es ist gar nicht so anstrengend, wie man sich das vorstellt, glaube ich. Wir haben sehr, sehr viele Tänzer dieses Jahr, also wir haben nur alleine Tänzer 13. Das freut mich schon mal, dass so viele bei mir mittanzen wollen. Mir persönlich ist mit dem Thema Oper ein bisschen schwergefallen, aber Gott sei Dank haben wir ein paar Beatles-Nummern dabei. Gerade als Choreografin habe ich das einfach noch nicht gekannt, also zu Opernliedern zu choreografieren, aber die Schüler sind alle super und freue mich drauf. Hallo, ich bin der Gruber Maximilian. Ich komme aus Allerheiligen und gehe in die 8b im Park Kindberg. Und ja, ich spiele im Musical die Zauberflöte in Louis. Ich bin einer von den drei Knaben. Und ja, wir führen das Publikum ein bisschen durchs ganze Stück durch. Und genau, wir bekommen auch quasi so Aufgaben im Stück, die wir mehr oder weniger erfüllen müssen, beziehungsweise Schicksale quasi, denen wir nachgehen. Ich bin der Clemens Hochertler. Ich gehe auch in die 8b im Borg. Und ich bin der Hamti-Danti. Das ist der zweite der drei Knaben. Und ich komme eigentlich von einem Bauernhof und strebe halt nach Macht, nachdem ich ja ein Sandwich-Kind bin. Und daher, die mein ganzes Leben schon recht klar gehalten wird. Und deswegen gehe ich im Stück erst richtig. Lerne mich besser kennen und gehe dann auf zu so einem Menschen, der halt Macht hat. Hallo, ich bin der Florian Zenz aus Krieglach. Und ich gehe derzeit in die 7. A-Klasse im Borg Kindberg. Ich spiele im Musical die Zauberflöte in Dodo, also im dritten der drei Knaben. Und meine Figur zeichnet sie eigentlich darin aus, dass sie im Stück der Zauberflöte versucht, die große Liebe zu finden. Und meine Figur ist dann auch wirklich sehr schüchtern. Aber das wird dann natürlich im Laufe des Stücks immer besser. Auch die Kostüme werden in der Schule selbst angefertigt. Ja, es ist diesmal eine besondere Herausforderung, weil die Kostüme diesmal aus Papier gemacht werden. Und wir haben jetzt lang gesucht, bis wir dann einen Stoff gefunden haben, der so ähnlich ist wie Papier und den man auch nähen kann gut. Und das ist heuer eben die Herausforderung. Und das schauen wir, wie das dann auf der Bühne wird. Genau. Also es gibt etliche, die recht gut schneiden können und nähen können. Und die unterstützen mich. Also ich bin Biola Jonker und ich spiele die Rolle vom Sarastro, also vom Sonnenkönig. Das digitale Bühnenbild wird hier vorbereitet. Die Aufgabe ist es für das Musicalprojekt, die Zauberflöte, filmische Beiträge zu produzieren, die dann in die Szene eingebettet auf der Leinwand im Volkshaus zu sehen sein werden. Also nicht nur ein digitales Bühnenbild, wie wir es die letzten Musicalprojekte gehabt haben, sondern durchaus Beiträge, die sozusagen die Geschichte weitererzählen, wo dann eben die Filmentechnik besser geeignet ist als die Live-Situation auf der Bühne. Die musikalische Herausforderung ist absolut gegeben, als wir das erste Mal die Idee aufgeworfen haben, Beatles und Mozart zu kombinieren, war, ja, wieso, was machen wir jetzt? Aber wenn man musikalisch in die Tiefe geht, ist Mozart ja nur oberflächlich einfache Musik. Und bei den Beatles kann man auch glauben, das ist ein bisschen so Popmusik. Aber wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, das sind extrem interessante Akkorde, Tonverbindungen, die eben so sehr in die Tiefe gehen, darum passen die super zusammen. Jetzt, am Ende der langen Pandemiephase, wird es uns jetzt hoffentlich gelingen, die Zauberflöte von Mozart in einer sehr jugendlichen Form auf die Bühne des Volkshaus Kindbergs zu bringen. Wir werden die Musik von Mozart ein wenig verjüngen und sie mit einigen Hits der Beatle aufpeppen und die Geschichte der Zauberflöte als jugendliches Märchen erzählen. Man sei ja bewusst entschieden, im Volkshaus zu spielen und nicht in der Sporthalle, um mehr das Theaterfeeling einer klassischen Bühne zu haben. Wir werden das Stück aufführen in der nächsten Woche, am 6., 7. und 8. Juli, am Mittwoch und Donnerstag um 19.30 Uhr, und am Freitag um 18 Uhr.